Nun werden wir uns einmal den Part Webinar anschauen. Und zwar haben wir, wenn wir uns hier im Kalender befinden, zwei Möglichkeiten, ein Webinar zu erstellen. Wenn wir hier das Dropdown öffnen, sehen wir, dass sich hier der Punkt Webinar befindet. Wenn wir hier draufklicken, sehen wir es jetzt auch hier schon an dieser Übersicht. Die sieht ein wenig anders aus und hier in dem Part haben wir jetzt keine Teilnehmer mehr, sondern Referenten. Dasselbe Prozedere haben wir auch, wenn wir einfach auf den Kalender klicken. Das ist jetzt ein ganz normaler Termin. Hier haben wir jetzt unsere Teilnehmer. Wenn wir jetzt hier in dem Bereich benötigte Registrierung gehen und wechseln auf entweder für alle, das sind dann auch Personen außerhalb unserer Organisation oder nur für Personen in unserer Organisation, passiert folgendes. Dieser Bereich verändert sich ein wenig und hier oben haben wir ein Registrierungsformular. Und darum geht es letztlich auch im Webinar. Wir geben jetzt hier einmal einen Text ein. Da haben wir einen kleinen Dreher drin. So. Als nächstes würden wir hier die Referenten eintragen. Dann nehmen wir einmal meine Person und die Petra. Letztlich das, was ihr hier eintragt, ist für den Teams-Eintrag in eurem Kalender relevant. Denn eure Teilnehmer werden sich gleich über das Registrierungsformular anmelden. Das sieht ein wenig anders aus. Das hat auch nochmal andere Inhalte. Und das ist letztlich das, was die Teilnehmer auch sehen. Als nächstes werden wir einmal einen Raum auswählen, wo sich dann die Referenten treffen. Um das Webinar durchzuführen, kann natürlich auch blank gelassen werden oder auch aus dem Homeoffice durchgeführt werden. Und hier werde ich jetzt einmal nur Text eintragen. Wir können natürlich auch hier nochmal die Zeit anpassen. Brauchen wir jetzt in diesem Fall nicht. Denn wir wollen einmal das Registrierungsformular anpassen. Dafür klicke ich jetzt einfach nur hier drauf. Und es öffnet sich nun diese Übersicht. Hier sehen wir, müssen wir wieder neu einen Titel eintragen. Wir müssen die Zeit nicht unbedingt neu eintragen. Sie wird aus dem Termin übernommen. Aber wenn ihr dort eventuell noch Vorbereitungszeit, Nachbereitungszeit einplant, könnt ihr das Ganze hier für die Teilnehmer noch korrigieren, damit die Teilnehmer wirklich auch nur die Zeit hier sehen, in der das Webinar stattfindet. Ein Ort können wir hier nicht auswählen, dadurch, dass es eine Microsoft Teams-Besprechung ist. Was aber noch hinzugekommen ist, hier unten der Bereich Sprecher. Und wenn ich hier einmal draufklicke, kann ich jetzt zum Beispiel die Petra eintragen. Und im Nachgang, wo ich Petras Namen eingetragen habe, kann ich hier nochmal eine schöne Biografie eintragen, damit die Leute, die sich dann anmelden, auch ein paar zusätzliche Informationen zu dem Sprecher erhalten. Ich selber bin jetzt in diesem Webinar kein Sprecher. Ich werde Petra ein wenig zuarbeiten, ein wenig unterstützen. Aber wirklich Referentin wäre in diesem Fall jetzt die Petra. Dem Webinar müssen wir jetzt auch nochmal einen schicken Namen geben. Und nachdem der Name eingetragen wurde, können wir auch noch eine Agenda oder zusätzliche Information zu diesem Termin hinterlegen. Im Endeffekt nichts anderes als in einem ganz normalen Termin oder in einer ganz normalen Besprechung. Der rechte Bereich ist ein wenig anders aufgebaut. Hier können wir nun Informationen von unseren Teilnehmern anfordern. Vorname, Nachname, E-Mail ist Standard. Wir können das Ganze auch noch ein wenig erweitern und selbst hier unten auch nochmal benutzerdefinierte Fragen erstellen. Einmal mit einem Eingabefeld oder auch mit einem Anhagfeld, Multiple Choice mäßig. Wenn ihr weitere Felder erstellen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ihr müsst dann auch nochmal schauen, was jetzt für euer Webinar interessant und relevant ist. Eventuell dann auch in Bezug auf Auswertung, gerade so hier in diesem Bereich. Wenn ihr eure Zielgruppe analysieren möchtet, sind das die drei wichtigsten Optionen. Man kann das natürlich aber auch nochmal standortspezifisch machen. Wenn ihr dann soweit fertig seid, Stopp. Eine Sache müssen wir noch machen und zwar ein Bild hochladen. Hier habe ich auch im Vorfeld schon was vorbereitet. Und nun können wir unser Bild nochmal anpassen. Also die Übersicht hier ist nicht allzu groß, aber reicht vollkommen aus. Wir können hier auch nochmal ein bisschen reinzoomen. Müssen wir jetzt in diesem Fall nicht. Gefällt euch das Bild nicht? Möchtet ihr es ersetzen? Haben wir hier unten den entsprechenden Punkt, aber das passt soweit. Und nun ist unsere Eingabemaske fertig. Wir speichern das Ganze ab. Können uns das auch nochmal im Browser anschauen. Wird aber genauso aussehen, wie das, was wir jetzt hier sehen. Dazu ziehe ich jetzt einmal das Fenster hier rüber. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt, wie ich es eigentlich vorhatte. Deswegen musste ich hier einmal ein privates Fenster öffnen. Und jetzt können wir das im Browser sehen. Und wie ihr sehen könnt, sieht das eigentlich genauso aus, wie das, was wir hier haben. Wenn diese Maske nun fertig ist und wir damit zufrieden sind, können wir das Ganze hier schließen. Hier nochmal eben schauen, ob die Daten soweit alle passen. Ob wir da noch was ersetzen müssen. Ansonsten können wir das Ganze dann absenden. Wir sehen jetzt hier unten in unserem Kalender und die Petra in ihrem Kalender, dass wir hier ein Event haben. Wenn ich hier draufgehe, habe ich dann auch nochmal die Möglichkeit, verschiedene Optionen zu treffen. So wie wir es auch in einem normalen Microsoft Teams-Meeting kennen. Wir haben hier unten den Besprechungsstempel, den Text. Das passt alles soweit. Hier können wir auch schon mal das eine oder andere ein- und ausblenden. Was jetzt für uns wichtig ist, ist hier das Registrierungsformular. Da hat sich aktuell natürlich noch niemand eingetragen. Deswegen sehen wir hier noch nichts. Das werden wir jetzt allerdings einmal ändern. Und zwar haben wir hier den Registrierungslink. Den werden wir jetzt ebenfalls in einem privaten Fenster öffnen. Schauen wir uns einmal das Ergebnis an. Es sieht genauso aus, wie wir es eben erstellt haben. Tragen nun hier die entsprechenden Daten ein. Und wenn unsere Eintragungen soweit durch sind, sehen wir jetzt hier auch, dass das alles passt. Klicken auf Registrieren. Wir sehen jetzt auch, dass das alles super geklappt hat. Und werfen einmal einen Blick in die neue Registrierungsdatei. Dort sollte nämlich jetzt etwas stehen. Und das ist auch so. Wir haben jetzt hier einmal eine kleine Übersicht. Name, E-Mail-Adresse, Status und wann sich die Person registriert hat. Das letzte, was jetzt noch fehlt, ist einmal, dass wir uns die E-Mail anschauen, die wir erhalten haben. Und hier ist die E-Mail auch schon. Wir haben einmal einen Hinweis, einen optischen Hinweis, wann das Ganze stattfindet. Das haben wir hier. Darüber haben wir den Titel und natürlich auch, dass ein Platz für uns reserviert wurde. Nun müssen wir natürlich noch einmal schauen. Dazu kopiere ich hier einmal den Link und öffne das Ganze wieder in einem privaten Fenster. Und nun werden wir einmal den Link einfügen. Wir sehen jetzt hier den Standard, wenn wir ein fremdes Team-Meeting beitreten möchten. Das Ganze möchte ich jetzt einmal im Webbrowser öffnen, weil dieser Teilnehmer keine Lizenz hat. Auch die Software nicht nutzen möchte. Kamera und Mikrofon brauchen wir nicht. Und hier haben wir wieder die standardmäßige Einwahlmaske. Namen möchte ich nicht eingeben. Muss ich jetzt in dem Fall. Tippen wir einmal Test ein. Klicken auf jetzt teilnehmen. Und sehen nun, dass wir noch ein wenig warten müssen, bis die Besprechung beginnt. Funktioniert aber bis hierhin sauber. Einfach zuverlässig. Das Erstellen so eines Webinars ist recht einfach. Wenn ihr in dem Webinar drin seid, sieht es genauso aus wie eine typische Microsoft Teams-Besprechung für die Teilnehmer und auch für die Referenten. Da gibt es eigentlich kaum Unterschiede. Wer sich also in einem normalen Teams-Meeting zurechtfindet, wird sich auch in diesem Webinar zurechtfinden. Deswegen der größte Unterschied ist, dass wir hier wirklich ein Registrierungsformular haben, wo wir dann einmal sehen können, wie viele Teilnehmer haben wir erreicht. Was ist unsere Zielgruppe? Wer macht dann am Ende wirklich auch bei diesem Termin mit? Also haben wir da auch nochmal die Conversion Rate, die wir dann auswerten können. Auch sehr interessant und für den einen oder anderen Use Case relevant. Und im Grunde genommen ist das hier nochmal so eine modifizierte Art einer Microsoft Teams-Besprechung, die auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung hat, die auch sehr sinnvoll ist. Allerdings bin ich persönlich mit dem Namen Webinar nicht ganz zufrieden, weil Webinare für mich immer mit einem negativen Stigma behaftet sind. Aber das ist jetzt eine rein persönliche Geschichte. Das Webinar an sich kann von jedem genutzt werden, der schon ein wenig Erfahrung mit Microsoft Teams-Besprechung hat. Für komplette Neulinge ist das eventuell noch nicht so zu empfehlen. Sammelt erstmal ein paar Erfahrungen in der normalen Teams-Besprechung, probiert euch da aus und dann könnt ihr euch auch ohne weiteres ins Webinar wagen. Denn dann ist der Umstieg nicht ganz so gravierend und auch nicht so schwer für euch, wie als wenn ihr jetzt als blutiger Anfänger direkt in ein Webinar startet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.